Ich lasse den Anker aus und warte auf euch. Gebt ein Signal, wenn ihr Beziehen habt. Kein Problem, wir beziehen sollen. Stimmt, ja, okay. Hallo, herzlich willkommen. Ey, gib mir das Schwert, gib mir das Schwert. Ich will... Nein, gib mir das... Musst du hier die Waffen? Sie verarschen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Also, Let's Play, die wir waren, Let's Play 2. Ich hab das Schwerpfeiner. Ja, im Multiplayer. Was hat ich gesperrt? Ach ja, die ganzen Medikits liegen lassen. Wir kommen hier wieder zurück, gell? Ja, aber die sind dann auch wieder da. Nee. Nein. Ich hab schon eins genommen. Ihr habt alle schon eins genommen. Ja, hier im Schrank waren auch noch zwei drinnen, nämlich hier drüben. Zwei Stück sind noch da. Zwei Stück sind noch da. Ey, pass, ich mach mal an, das Teil. Welches Teil? Ach so, ja, ey, komm, komm, bück dich an, ich mach an, okay? Funktioniert nicht. Was hat denn Arsch für eine... Hilfe, Hilfe, Jockey, Jockey. Was ist denn jetzt kaputt? Boah, ist das ein geiles Teil. Was ist denn? Oh, ist das geil. Was ist denn das für eine geile Waffe? Welche? Ja, die hier, die, was du toll schießt. Die ist so geil. Das ist ein Uzi. Komm, ich muss so eine Knappfu aus dem Zweiten Weltkrieg hier irgendwie. Die ist ja so übel geil, ne? Boah, krieg ich einen Atem. Jagdgewehr nehmen. Boah, ist die geil. Ohne Witz. Bitter, shit. Ich habe schon die erste Witch. 0,10. So, sei es, aber... Boah, ich könnte mir gar nicht einen Tag lang mit diesem Teilchen, ne? Die hat sich in den Wort nicht aus. Äh, wo bist du jetzt? Schatter, 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 schatter. Ey, wo bin ich nachladen? Wieso springst du auf den Schatter drauf, René? Witch, witch, witch. Super. Mist, jetzt hat sie mich doch erwischt. Ich schnapp mal, wir gemetzt den Flo. Ja, aber richtig. Na, na, na. Dann können wir dich ja jetzt wieder ins Stich lassen. Ja, ciao Leute, ich bin hier jetzt ungeringen. Jo, mach mal, ich hol mir noch einen Mini-Kid. Ich hab jetzt vielleicht richtig. Oh. Na, 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 na. Na, Flora, das stimmt jetzt. Okay. Ja, ich schau mir mal besser, äh, neue Moni. Warte, 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 komm, 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 komm. Dann bin mir auch neue Moni. Okay. Oh, ich brauch, ich müsste mal mein Mini-Pack nehmen. Geh mal irgendwo. Ach, kann sich verreckt schon. Ja, ich würde nehmen. Boomer. Ich muss mich, komm, komm, ich bin hier wieder zurück, Simon. Ja. Ja, komm, wir, ne, das weißt du doch, ja, nicht. Das hat gut reingegangen. Wo ist der Boomer? Weiß ich nicht. Nein, ich auch nicht. Boah, die hat richtig viel Schuss hier. Die hat 700 Schuss. Hier ist der Boomer. Das Teil wird doch nie auf. Ein, der Boomer, der Boomer kann ja klettern. Dieses Fetteteil kann klettern. Das kann auch hüpfen. Ey, die wittigern auch noch mit dieser Fetteteil kann hüpfen. Das, äh, die Boomer kann auch hüpfen, also. Los zum Spielplatz, hier sind wir sicher. Oh Gott, das ist geil. Ohne Witz ist die geil. Ohne Witz. Ey, solche hängende Brücken habe ich ja schon immer gemacht, als kleine Kid-Optiky. Ja, komm, René, wir laufen mal drüber. René, willst du wieder kleine Kinder runterschubsen? Ja. Ja, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Der Hunter lebt noch, oder? Ja, ich feine mich nochmal, war. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Danke, wie ihr mich hochholt. Ich bin froh. Ja, ich muss, die wurde gerade angedriffen. Haben wir nochmal zurück und Medipack holen? Ach, fahriere ich. Da sind keine mehr Flügel. Ich habe keine, ich habe auch ein. Ich musste mir auch eins nehmen. Ja, dann heile dich mal. Ey, passier. Landet mal, hey, wir müssen mehr und der will Schuss halten. Oh, scheiße, der hat ein Auto. Was ist auch für die Autos? Oh, nein, wir sind froh. Oh, nein, wir sind froh. Oh, nein, wir sind froh. Nein, wir sind froh. Oh, nein, wir sind froh. Boah, Alter, was für Rennung Wichser. Was denn? Ja, kill Renné, kill Renné. Hab ich gehört. Da ist ein Krankenwagen, da kann doch was drin sein. Ich geh wieder hoch. Ey, ich bin Kruppel jetzt. Hier ist ein Defi drin. Oh, ja, den brauchen wir wahrscheinlich. Ich brauch gleich mal Heidung. Hunter, Hunter, Hunter. Du gehst nicht auf mich, du Wichser, du. Hunter, Hunter, Hunter. Hallo, Hunter. Hunter. Ich hab mal Hatter aufgetraut. Nur zur Info. Eine mini-kleine Info war das jetzt aber nur. Ich bin grad geflogen, nur mal ne kleine Info. Na komm, das ist mein letzter Aufnahme hier. Immer muss mich erteilen. Auf der Stelle. Ich hab nichts. Ich muss auch geil werden, du Vogel. Oh, nein, wir müssen weiter, weiter. Komm, es ist immer mehr. Scheiße, Florian hat ein Marietag. Er wird uns jetzt sterben lassen. Er wird uns jetzt sterben lassen. Flo, komm doch. Hallo, wohin gehst du? Ich hab da nen Smoker. Ich hab da. Eiskalt. Aber Gott, sie hat nen Defizilator. Ja, ich bin aber auch fast tot. Aber noch lange. Hier ist ein Medikit. Ich brauch das. Ja, das gibt man dem René. Wo bist du? Hier. Alter, danke. Das fängt jetzt schon an zu regnen. Oh, boah, danke. Komm, Molly, Baby. In the witch schwör ich. Alter, alter, alter. Wer hat dich aufgeschreckt? Ich, ey. Ähm. Niemand hat dich aufgeschreckt. Boah, das ist eine geile Waffe, ey, ne? Oh, ja. Alter, alter, alter. Aua, Flo. Sorry, das war nicht mit Abruf. Ich hab fast keine Muni mehr. Ich hab die halbe weg. Ich darf das Auto schießen hier. Oh, ein Baumhaus. Hier bei dem Baumhaus oben, da ist ein Scharfschützengewehr. Hier kann man... Mit dem Jagdgewehr kann man hier... Nein, weil es voll Schläger. Jagen. Wir haben Waffen. Oh, wir haben Waffen gemacht. Passt. Super, Waffen. Da hinten, da hinten sind Waffen übrigens. Ist da auch Muni? Ja, hier muss da auch Muni sein. Nein, hier ist keine Muni, hier ist nur Waffen. Nee, die Waffen nicht weg. Hier ist aber die, äh, Dings Shotgun. Nee, die lege ich nicht weg. Ich hab nur noch 40 Schuss, also ich muss meine wahrscheinlich bald wegliegen. Ich glaub hier ist, ich glaub das ist diese Military Shotgun hier. Meine lege ich nicht weg. Nee. Entschuldigung, Flo. Jetzt ein Medi-Pack. Oh, das brauch ich. Okay. Muni mehr? Könntest du gebrauchen, Fabien, ne? Deck mich mal. Muss mich heilen. Nein, nein. Kann man, die Elektroden? Ui! Wie richtig, ochloff. Nicht wahr? Mach mal scher. Mach dir, mach dir, mach dir. Weh gar nicht mehr. Ui. Das sollte besser vorne dran sein einer Paw 4. war ja auch schön wegschlagen so zack dort erzeugt noch aber auch ja ich hab noch 203 Schuss ich hab noch hier in 70 wo müssen wir hin ein tausend tausend hier ist noch mal so ne Waffe so ne geile hier wo ich bin äh ich bin hier grad auf dem einen Haus hier oben komm einfach da runter das ist die geile Waffe das ist sie man an denn das ist die das ist die das ist die du vollwert ne stimmt das ist die Nälte das ist die nicht nein merkt euch wo die Muniz vollwertet was soll das mal sein du vollwertet ey oh mein Gott aber ich muss nicht tun die völlig anders flogen ne bei mir schiebt die gleiche ja bei mir aber auch die Linke hier ne nicht die Rechte gut hat irgendetwas zu heilen ne es hat bloß jeder ne Pipe das ist schön ich hab noch viel lieben ja bei mir schiebt sie auf jeden Fall genauso ne du hast auch die falsche Waffe genommen ja du Vollidioterin genau wie du Simon hast die falsche Waffe genommen Lade nach ne René hat die richtige Waffe genommen wartet doch mal auf Simon das stimmt da ist die Waffe hab ich doch gesagt ey Simon du bist gleich tot wusstest du das schon ja ey René da ist es safe room da ist es safe room René ohne Schutzraum habe ich doch gesagt Headshot wow boah boah ist klar ne oh 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 ja lass mich drauf ich trink doch einfach das ist doch ein Zombie ah geschafft ey der Zombie ist noch drin ja der lag vor mir hui und das war jetzt das erste wir müssen hier noch mal zurück ach schön oh Simon da warst du wohl nicht so bei Tank schlechter ne der Tank hat mich mit nem Auto erwischt leider ja oh das hab ich gesehen aber es sah lustig als jeder Simon da weggeflogen ist das war überhaupt nicht ich hab den Witch irgendwie jetzt voll vergessen wer hat denn eine Witch dabei? ja ja hab ich auch nicht so sehr ja am Anfang war nicht war doch schon war doch schon mal am Anfang die Geschichte ja